Das Radisson Blu Resort und Thalassu Hamamid liegt in Hamamid in Monastir Region. Das Radisson Blu Resort und Thalassu Hamamid ist beliebt unter den Gästen. 86% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 318 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Zimmer. Sauberkeit häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,2 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Service. 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Diese spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.